Herzlich willkommen zurück zu Yoshi's New Island, Kettenhai im Nacken, Welt 4.6. Klingt ja wieder so nach Verfolgungsjagd eines Hais. Oder verfolgt werden von einem Hai. Wir haben 91 Leben und hier ist Vulkan. Und die Musik ist cool. Hatten wir die auch schon mal? Ja, machen wir bitte die Plattform kaputt. Die brauche ich ja auch nicht mehr oder so. So. Hatten wir die Musik so schon? Glaube nicht. Ah, warte mal. Ah, der macht alles kaputt. Shit. Shit. Moment. Nix machen. Ah, das ist hier so ein... Oh nein. Nein. Okay. Dann kann ich die Stelle am Anfang nochmal versuchen. Ich war eh mal überlegen, ob ich mich jetzt einfach nochmal in den Abgrund stürze oder es einfach weitermache. Oh, gib mir doch die andere mit Sauna. So, lass mich weiter. Ich muss hier nämlich... Schnell sein. Oh Gott. Danke. Jetzt hatte ich echt Angst, dass er mich trifft. Hi, na. Uh. Du bist aber aggressiv. Au. Nicht geil. Alles rote? Au. Tschüss. Tschüss. Kettenhund. Tschüss. Gott. Ich glaube, ich hatte nur zehn Sterne, als ich hier rein bin, ne? Sonst wäre ich jetzt sehr traurig. Ah, nein! Ach, Mann, oh. Wie doof. Wie doof. Nochmal. Oh, kann man nicht beide Münzen gleichzeitig kriegen? Das nervt mich gerade. So, einmal hier runterschlucken und los. Oh nein, der hat schon gespuckt. Das ist nicht gut. Oh Gott. Ich will doch nur alles haben. So, was ist denn, wenn ich dich mit einem Ei bewerfe? Nix. Ach so, dafür ist das Ei. Kann der hier hoch? Nö, der kann gar nicht hier hoch. Wow. Der kam ja wieder. Was soll das denn? Wenn da oben jetzt eine Blüte aufgetaucht wäre, wäre ich echt sauer gewesen. Okay. Haben wir jetzt alles da drin. So, und jetzt wollen wir hier nicht direkt runterfallen, denn da war ein Abgrund. So, hier wollen wir aber hoch. Bei da oben ist die Blume. Oh, Stress. 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 Oh Gott. Ob das so gut war, dass ich jetzt diesen oberen Weg genommen habe? Ich glaube ja nicht. Ich möchte nochmal zurück. Aufgrund der... Nein, die armen Sternis. Da, 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 sind hier denn rote Münzen drin? Hallo, ihr beiden. So, ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Können wir gehen. Ich bin weg. See ya, Leute. See ya. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Checkpoint. Sehr gut. Kann ich hier rein? Warum ist hier am Anfang immer eine Röhre? Oh Gott. Ja, natürlich. Du heißt Hammerhai? Das ist mir neu. Ah. Nein. Egal. Keine Zeit. Ah. Hier ist noch was. Cool. Ah, cool. Hey, alle Blumen und alle Sterne. Was will ich mehr? Die restlichen Münzen, die habe ich da liegen lassen. Hat man, glaube ich, gemerkt, dass da noch ein paar Münzen lagen. Sehr cool. Ach ja. Diese fröhlichen Yoshis immer. Ist denn eigentlich klar, wie grausam die Welt ist? Welt 4-7. Knall und Fall. Oh mein Gott. Und werde ich jemals 99 Leben erreichen? Oder geht es über 99 Leben hinaus? Man weiß es nicht. Och nö. Komm. Bullet builds ist doch wohl. Hi. Oh Gott. Wie habe ich das überlebt? Ich weiß es nicht. Sternis. Gib mir das. Gib mir den. Danke. Was ist da oben? Moment. Und hoch. Ah. Jawohl. Da macht der Schäfer mal einen höheren, irgendwie. Hi. Was geht? Ihr macht mir Angst so ein bisschen. So, ich glaube, da kann ich rein. So. Perfekt. Bullet build jumps. Es gibt nichts Schlimmeres. So, Moment. Ich glaube, ich soll eigentlich nur drüber springen. Aber ist mir gerade egal. Ja, ich soll einfach nur drüber springen. Oh Gott. Hey, alles geschafft. Cool. Ich bin stolz auf mich, dass ich das hinbekommen habe. Gezielte Sprünge. Manchmal kann ich es doch. Boom, boom. Wie die knallen, ey. So, da oben ist auch irgendwas. Nein. So nicht, Yoshi. Mach nochmal, bitte. Da rein. Jawohl. Helikopter, Yoshi. Und da oben ist bestimmt auch noch ein Ding. Verdammt. Ein verstecktes. Verwandle dich. Neige das System, um dich zu bewegen. Drück keinen Knopf, um zu brem... Achso. Irgendein Knopf ist einfach bremsen. Das habe ich ja letztes Mal nicht verstanden. Wie komme ich ein... Achso, ich... Au. Ich verstehe den Yoshi-Helikopter irgendwie trotzdem nicht. Keine Ahnung. Oh Gott. Hilfe. Hallo. Da ist die Blume. Jawohl, die haben wir. Eigentlich kann man ja nur hoffen, dass da nie rote Münzen bei waren. Ah. 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 Tonk. Ach, dieses Tonk-Geräusch. Ah. Okay. Okay. Fünf rote Münzen fehlen noch. Vier Blumen fehlen. Wahrscheinlich haben wir schon Blumen verpasst. Hm. Ich weiß nicht, ob das gut ist. So, warte mal. Ich möchte da nochmal hoch. Ich könnte das theoretisch nochmal machen. So, hier ist aber nichts. Okay. Wow. Wow. Immer ruhig, Jungs. Was ist da unten? Eine Röhre. In dieser Röhre sind Dinge. Komm mir Shy Guys hoch. Keine Shy Guys. Das ist natürlich jetzt doof. Ich hab doch nur Eier für zwei. Das klang auch wieder falsch, als es sollte. Warte. Okay. Halt. So, gib mir mal ein paar Eier. So. Jetzt müsste ich ja wieder rein können und mir die letzte Wolke auch noch holen können, oder? Natürlich. Auch Sterne drin. Na gut. Haben wir halt 30 Sterne. Auch schön. Sag ich nix gegen. Freut mich. So. Die unendlichen Eierspender hier. Oh mein Gott. Eigentlich sind die ja nicht gefährlich, weil man die einfach essen kann. Oh, hi. Hallo, Blume. Was geht? Was ist da hinten? Der Checkpoint. Tatsache. Vielleicht hab ich doch nicht so viel verpasst. Hm. Ich lass mich überraschen. Diese Röhre am Anfang immer. Oh Gott. Wie viele rote Münzen werden hier versteckt? Oh. Gar nicht mal so viele. Äh, okay. Okay. Ah, nein. Ich bin abgesprungen. Ich bin abgesprungen. Ich bin abgesprungen. Ich bin abgesprungen. Das war... Ach so. Ich hab voll Panik. Dabei war das so geplant. Okay. Hier war noch keine einzige rote Münze bei. Hab ich das... richtig gesehen? Wieso hab ich jetzt alle gestartet? War das so gut? Ich weiß es nicht. Alter. Okay. Direkt jetzt hier geworfen. Wow. Knallhart. Und die Medaillen gönnen sie mir auch nicht. Na gut. Nichts gönnen sie mir. Haben wir jetzt... zwei Level gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werd ich hier mal die Folge beenden. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020